Hallo und ganz herzlich willkommen bei Saiboldsoft. Heute mal noch eine kurze Information zum Nachrichtendienst Telegram. Viele von euch nutzen Telegram und auch andere Nachrichtendienste, weil ihr mit der Datenschutzbestimmung von WhatsApp nicht mehr so ganz einverstanden seid und der Ruf nach Alternativen hier einfach groß ist. Bei Telegram gibt es aber einen wichtigen Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten solltet. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal mit WhatsApp an, denn WhatsApp verwendet seit einigen Jahren eine recht gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und genau diese Verschlüsselung solltet ihr auch in Zukunft mit anderen Nachrichtendiensten verwenden. Es gibt Nachrichtendienste wie etwa Signal oder Drehmal, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon standardmäßig verwenden. Bei Telegram sieht das aber anders aus. Bei Telegram wird standardmäßig im normalen Chat keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Um den geheimen Chat oder die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hier bei Telegram ebenfalls zu aktivieren, müssen wir den Kontakt hier aufrufen. Dann gehen wir oben rechts auf die drei Punkte neben dem Anrufhörer und gehen dann auf geheimen Chat starten. Dann auf starten und nun wird hier ein geheimer Chat aufgerufen, der Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und ihr seht das auch gerade bei mir, dass das Abfilmen jetzt mit dem PC nicht mehr funktioniert, weil eben dieser Chat jetzt Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Und damit sehen wir es, vorher war eben dieser Chat gerade nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt und damit ist Telegram leider in der Standardeinstellung schlechter als WhatsApp. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.